Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Forza Horizon 4. Und ja, ich habe an meinen Golfen ein bisschen was rumgebastelt. Ich habe mal ein bisschen tiefer gelegt, ich habe mal eine männliche Farbe ausgewählt. Ist ein bisschen daneben gegangen. Aber irgendwie fand ich das in der Vorschau-Bildung interessant. Aber darum geht es gar nicht, weil ich habe jetzt gesehen, dass ich eigentlich jetzt meinen Club machen kann. Ja, wir machen jetzt unseren Maximus Club und für alle, die da mitmachen wollen. Ja, warum nicht? Machen wir das einfach mal. Und da unten haben wir jetzt die Möglichkeit, unseren Club zu erstellen. So. Machen wir einfach mal das Maximus. Genau. Das sollte erst mal reichen. Und Tag ist einfach nur Maxi. Vier Zeichen. Gut, öffentlich. Jeder kann mitmachen und bestätigen. Und ja, jetzt haben wir unseren eigenen Club. Haben wir alles richtig eingeben? Ich hoffe mal schon. Der Klett, den ich benutze, gibt es schon. Das ist ja doof. Ich wollte jetzt eigentlich mal... Tja, was macht man da? Maxi gibt es schon. Geht das? Max. Na toll. Jetzt stehen wir da mit offenen Haaren. Ich mache es einfach mal aus Gaudi. Okay. Und wenn es jetzt klappt, dann ist es halt so. Existiert es auch schon. Na, und was nu? Ah, das läuft ja wie ein Länderspiel. Dann kann ich meinen Tag gar nicht nutzen. Kann ich das vielleicht... so machen? Vielleicht geht das so, wenn ich das, äh... Wenn man das große und kleine Buchstaben irgendwie macht. Äh, was ist denn jetzt los? Nein! Forza, was will er jetzt von mir? Ach, guck mal! Ach, hier! Mein Club ist doch da, hier! Club-Infos anzeigen! Oh, jetzt, was macht denn jetzt hier? Freunde, einen Club einladen! Ach, der hat meinen alten Club dann quasi wieder genommen, wa? Ja, jetzt muss ich, jetzt muss ich mal schauen, was macht denn der jetzt hier? Hm, Club, bla bla bla, Freunde, Club, ja, ja, das ist doch mein Club! Genau! Ja, jetzt ist er ja wieder hier! Ah, gut, ähm, es gibt nur einen Mitglied, und das bin ich selber. 2000 können mitmachen, also nur für alle, die, äh, es interessiert. Wir gehen jetzt wieder zurück. Also, mein Club ist wieder da. Ah, ach, ja, der Maxi-Club, ja, er existiert schon, er existiert schon, weil ich ihn ja schon habe. Ich wusste jetzt nicht, dass der das dann übernimmt. Das ist cool. Dann kann keiner irgendwie, äh, da rum oxidieren. Ähm, was sehe ich denn jetzt eigentlich? Club-Suche. Das ist Maxi. Club-Anzeige. Freunde einladen. Nee, ja, kann ja jeder mitmachen, wie er will, ne? Also, was ist denn das, was ein komischer, äh, Tag da drin bei mir? Stufe 1. Okay, dann lass uns auch einfach mal, ähm, ein paar Rennen machen. Für den Club. Und, äh, hier haben wir noch ein paar Straßenrennen. Ach, den haben wir ja schon gemacht, dann müssen wir das hier machen. Lass uns mit dem Golf mal hinfahren. Ja, er ist echt böse. Wir haben unseren Maxi-Club wieder. Wie gesagt, jeder kann mitmachen. Und wenn ihr das hier seht, haben wir wahrscheinlich schon, ähm, mehr Mitglieder. Weil ich das hier am Samstag aufnehme. Alles hier. Und hier war sie. Oder? Ich lade es einfach ein bisschen früher hoch. Genau. Genau so mache ich es. Ich lade es einfach heute mit hoch. Und dann, äh, ist es draußen. Und dann könnt ihr schon den Club beitreten. Ja, das ist halt ein bisschen durcheinander, also. Ich habe nämlich jetzt gerade noch zwei Videos gemacht. Egal. Egal, egal, egal. Veranstaltung teilnehmen. Wir nehmen mein Auto. Kann ich mein Auto nehmen? Ja, natürlich kann ich mein Auto nehmen. Yes, Sir. Ja, wir haben meinen Club. Wir haben meinen Club. Ja, der Maxi-Club ist wieder da. Lass die Spiele beginnen. Oh, weil ich will ja am Sonntag, äh, schön einen Livestream machen. Äh, von Forza Horizon. Ja, wir haben mal gucken. Oh, ja, ja. Der ist ganz schön böse. Ich habe den Hackabtrieb verpasst, den Wagen. Ich glaube, das war nicht die gute Idee. Obwohl hier die kleinen Kuchen, das gar nicht mal so blöde ist, hier vielleicht rumzudrücken. Leistung habe ich aber satt, ne? Aber ich komme irgendwie nicht so richtig an die anderen ran. Ich muss erst mal ein bisschen klarkommen mit dem Wagen. Da habe ich nämlich gerade erst ein bisschen so getuned. Ich komme gar nicht ran, ey. Ich habe auch in den letzten Videos, habe ich auch schon einige Sachen gefragt, die jetzt dann noch kommen werden. Wie wir was, äh, gestalten. Ja, ich fühle mich ganz wohl hier hinten. Also, kein Problem. Ja, wenn man so fährt, dann sollte man sich nicht wundern, ne? Ah, das Bremsen vergessen. Habe ich die Bremse vergessen zu tun, oder was? Ja, das ist... Aber die ziehen die auch komplett weg, ne? Also... Muss ich schon echt ein bisschen bescheißen, um hier doch irgendwie hier ranzukommen. Hier, guck mal hier. Zack, bumm. Weg ist er. Jetzt habe ich mal ordentlich überholen können. Aber vielleicht brauche ich auch noch ein paar Einführungsrunden, um hier ein bisschen klar zu kommen. Platz 9, ich bin einfach am Ziel. Ähm... Ähm... Komisch. Tja, da weiß ich jetzt auch nicht weiter. So, ähm... Wir hatten hier... Warte mal, hier haben wir doch irgendwie noch so was anderes. Wir fahren mal hier hin. Ich will mal gucken, ob hier ein Scheune ist. Nicht, dass sie denn weg ist. Ich glaube, ich habe es ein bisschen... Oh! Nur mal ganz kurz einlenken und dann rast er da in die ehene Richtung. Ich glaube, ich habe das ein bisschen übertrieben mit dem Wagen, ja? So, in dem Bereich sollte jetzt irgendwo ein Herbstauto sein, wahrscheinlich. Das werden wir uns jetzt einfach mal gönnen hier. Warte mal, hier ist doch... Hier sieht es doch ganz nach einer Scheune aus. Na, aber hallo. Wo bist du? Ah ja, rühr dich nicht vom Fleck. Das scheint was Großes zu sein. Mhm. Es scheint was Großes zu sein. Ein Ästen. Ein kleines Juwel von einem Ästen. Vielleicht auch ein riesiger Diamant von einem Ästen, wenn es der ist, den ich vermute. Schon mal von einem Zagato gehört? Okay, holen wir ihn da raus. Ja. Wir haben sie schafft. Bei dem habe ich ein gutes Gefühl. Wir sehen uns im Fuhrpark, wenn er fertig ist. Ja, das ist die optimale Strecke für den Golf. Tiefer gelegt. Dann suchen wir uns noch mal einen Straßenrenner raus. Und zwar das hier. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen besser. Eieiei. Das Wetter, so richtig schön ekelhaft. Oh, noch fünf Kilometer. Da muss ich auch ein bisschen sputen. Oh, das wird auf jeden Fall keine Bestzeit. Das kann mir aber einer entgegen. Also mit der Farbe kommen bestimmt ganz, ganz viele Spieler jetzt bei mir in den Klub, ey. Oh, bei 300 ist abgeriegelt. Ja, da wollte er dann nicht mehr, ne? Also bei 309 ist es hier in dem Gelände. Wahrscheinlich müsst ihr den ins Getriebe selber noch ein bisschen umändern. Aber 300 muss er jetzt erwarten, wo die fahren. Hier steht Urena. Das ist halt cool. Es sind immer irgendwo Leute, ne? Oh, der brubbelt aber auch was zurecht, Junge, ja, Wagen. Okay, lass uns mal das Rennen hier machen. Ja, mit dem Golf. Yo! Ja, da werde ich das natürlich am Samstag hier, also heute noch mal freigeben, obwohl ich ja sage, es sind ein bisschen viel Videos schon. Aber das spielt sich auch einfach so weg, ne? Und dann denke ich mir, ja, warum soll ich die Videos nur, oder keine Videos machen dabei, ne? Ja. Da fährt sich schon echt ein bisschen schwierig, der Wagen hier. wäre ja blöd, wenn ich einfach nur für mich so spiele, und dann kann ich auch gleich aufnehmen, ne? Baby, zieh, 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 zieh! Ich komme einfach nicht ran hier. Die fahren wir einfach so weg. Oh, da habe ich jetzt echt geträumt. Wir können ja mal zurückspulen. Das ist eigentlich eine schöne Strecke, ne? Wir sind wieder ein bisschen rangekommen. Ich habe immer die Vermutung, dass sie die falschen Autos nehmen, also mit einem anderen Auto klappt das vielleicht noch viel besser. Echt? Ist der Kolb doch nicht? Ja, klar. So, wie ich ihn eingestellt habe, gut. Oh, und er fährt sich nicht echt wie eine Katastrophe, ja. Sollte ich doch lieber zum Einkaufen, den wir machen. Ja, gut, alles klar. Ich bin im Ziel, Platz 10. Ey, wenn ich das jetzt, äh, warum das jetzt so komisch ist, das Zeichen? Öl, 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 keine Ahnung. Muss man gleich noch mal schauen. Ach, dein. War natürlich ein richtig blödes Zeichen, ne? So, das ist falsch. Wir gehen noch mal hin. Hier, guck mal an. Warum ist denn das? Club-Anzeigen. Warum hat der denn jetzt so? Nein, äh, anpassen. Speichern. Ich glaube, das muss ich alles noch ein bisschen anders ändern, hier mit meinem Club hier bei Forza. Ich dachte eigentlich, ich kann das einfach übernehmen. Der hat es doch mir ja gezeigt. Äh, fertig. Gut, ich muss mir das alles noch mal genauer angucken. mit dem Club, weil das kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Also, wenn ihr da bessere Informationen habt, dann schreibt mir in die Kommentare. Ich mache aber erstmal einen Fisch. Ich wünsche euch was. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Ich würde es noch mal Coronavirus haben. Untertitelung des ZDF, 2020